Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wirklich, ihr seht es schon, ein Video ohne Facecam und es ist nicht live. What the fuck ist hier los, Leute? Ihr denkt gerade, ich verarsche euch und irgendwie kommt gleich noch die Cam und dann zog ich auf einmal live. Aber nein, Leute, heute gibt es mal wirklich so ein komplett, komplett oldschool Video, bei dem ich euch einfach so einen Ball erzähle, was in letzter Zeit abgeht, was es für ein Gameplay im Hintergrund gibt und so weiter und so fort. Damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Ihr habt das vielleicht schon bei Marcel mal auf dem Kanal gesehen, halt aus seiner Sicht. Ich habe hier mit Cem, also Haptic, Aimbrot mit Max und Marcel hier ein Video für seinen Kanal aufgenommen und währenddessen, wir haben halt alle die ICR gespielt und ich habe da eine richtig, richtig nice Nuklear erspielt und habe da echt richtig, richtig geile Szenen drin. Also schaut euch das einfach an, lehnt euch zurück, gönnt euch irgendwas zu trinken und zu essen, denn ich werde jetzt einfach mal quatschen, es ist komplett Freestyle. Ich habe gedacht, ich mache jetzt die Aufnahme an, denn es kam ja fünf Tage kein Video. Und darüber möchte ich jetzt kurz mit euch sprechen, weil ihr seid es ja gewohnt, ich muss mich da ja nicht rechtfertigen oder so, aber ihr seid es ja gewohnt, dass ich jeden Tag eigentlich ein Video hochlade. Und das war halt jetzt so die letzte Woche halt nicht der Fall. einfach aus dem Grund, dass ich wirklich, wirklich so die stressigste Woche, sage ich mal, überhaupt hinter mir habe, was Arbeit und sowas angeht. Also ich habe selten wirklich so viel und so straight durchgearbeitet wie die letzte Woche und da habe ich halt einfach wirklich meinen Fokus drauf gelegt, weil es ist so, ich erkläre euch das Ganze mal. In dem Betrieb, in dem ich arbeite, ist im März und im September Urlaubssperre, weil man halt weiß, dass dort so viel zu tun ist, dass die durchgehend jeden Mann, jede Frau brauchen, die sie haben. So, und da das ein recht kleiner Betrieb ist, war natürlich auch ich gefragt und konnte mir da keinen Urlaub nehmen oder keine Ahnung was und habe halt komplett durchgezogen. So, und übrigens hier ist eine geile Szene, ich aktiviere meinen Powercore und dadurch geht das C4 kaputt und damit kille ich einen Typen. Absolut krank, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja gut, auf jeden Fall war das dann halt so, dass ich halt komplett Action-Power in die Arbeit reinstecken musste und halt dann 18 Uhr so halt nach normaler Uhrzeit, wie ich normal auch Feierabend habe, halt zu Hause war, aber halt wirklich komplett fertig, weil ich halt echt die ganze Zeit durchgearbeitet habe, keine Pause gemacht habe, wenig gegessen habe, dann ging es mir allgemein die Woche nicht so gut. Ich war halt nicht wirklich fit, gerade halt auch durch diesen Stress, die viele von euch werden wahrscheinlich wissen, dass geistiger Stress auch ziemlich, ziemlich viel mit dem Wohlbefinden so zu tun hat und nicht nur körperlicher Stress und ja, nebenbei gehe ich natürlich auch momentan noch zu trainieren. Also ich gehe wieder regelmäßig ins Fitnessstudio und da kam halt alles so ein bisschen zusammen und das war einfach sehr, sehr stressig. Also ich habe echt eine Woche hinter mir gehabt, die halt, ja, ziemlich viel von mir abverlangt hat, aber ich bin sehr froh, dass ich das so durchgezogen habe und ich hatte halt da auch so mein eigenes, ja, wie soll ich sagen, mein eigenes Baby quasi bei der Arbeit, sage ich jetzt einfach mal so, an dem nur ich gearbeitet habe sozusagen, also als Baby, Baby ist jetzt so als Metapher gemeint, ne? Also meine eigene Arbeit, die ich wirklich komplett alleine gemacht habe, was ich, wo ich keine, ja, ich hätte natürlich Hilfe bekommen, aber die ich halt echt alleine durchgezogen habe, so. Und das war halt auch das erste Mal so, dass ich das in dem Betrieb gemacht habe und es ist einfach sehr aufregend und es hat halt alles gut funktioniert, was mich am Ende sehr gefreut hat. So, und jetzt sind wir am Freitag angekommen, also letzte Woche Freitag sozusagen, ähm, wo ich dann quasi noch so diesen letzten stressigen Tag hatte, der dann halt mit einer kleinen Feier, sage ich mal, von 16 bis 18 Uhr bei der Arbeit so belohnt wurde, weil da halt so die stressigste Zeit jetzt erstmal bei uns wieder zurück war, äh, zu Ende war und da habe ich halt dann quasi ein bisschen gechillt, konnten wir richtig entspannen, das war richtig cool, hat super, mega Spaß gemacht und, ähm, ja, da hörte der Stress aber für mich noch nicht auf, ähm, jetzt kommt aber der etwas positivere Teil, also der positive Stress, gibt ja auch positiven Stress durchaus, ähm, nämlich bin ich direkt nach der Arbeit dann erstmal ins Fitnessstudio noch gefahren, hab mit meinen Kollegen halt trainiert und bin dann direkt im Anschluss, ähm, zum Bahnhof gebracht worden von dem einen Kollegen und hab dann dort, übrigens, was hier für eine Szene abgeht, Alter, was habe ich da gemacht, äh, jeden Schuss getroffen, ähm, bin dann direkt in den Zug gestiegen nach Hamburg, denn ich habe mal wieder einen alten Kollegen von mir besucht übers Wochenende, was halt auch mal wieder dringend notwendig war, weil ihr wisst gar nicht, wie gerne und wie, wie gut ich halt auch die Kontakte so zu, zu halt meinen Freunden halt pflege, die halt auch, ähm, halt in anderen Städten wohnen, wo ich halt dann auch öfter hinfahre und so und das war echt mal wieder Zeit, dass ich da auch mal ein bisschen längere Zeit verbringe, denn ich habe 2012 meine Woche bei dem Kollegen verbracht und danach habe ich ihn nur noch einmal, äh, besucht für einen Tag mit meiner, äh, damaligen Freundin und es war halt einfach echt mal wieder ein richtig, richtig cooles Wochenende. Wir haben am Freitagabend dann noch gechillt mit ihm und einem Kollegen einen Horrorfilm uns reingezogen, haben dann samstag halt in der Stadt gechillt mit seiner Freundin, äh, alles super, super cool. Da haben mich auch zwei, äh, drei, vier, fünf Leute von euch erkannt, also richtig, richtig cool, habe auch Fotos mit euch gemacht, das ist übrigens immer so eine richtig, richtig, äh, ich sage immer, ich sage diese, diese unterstützenden Wörter wie richtig zum Beispiel, immer zweimal, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber irgendwie mache ich das, keine Ahnung warum, aber, äh, es macht immer wieder richtig Spaß, mit euch die Fotos zu machen und euch halt auch mal im Relive zu sehen, so, weil ihr seht mich die ganze Zeit in der Cam und ihr wisst, wie ich aussehe, aber ich weiß nicht, wie ihr ausseht und das ist halt immer eine ganz witzige Sache, so. Und, ja, heute haben wir dann auch nochmal ein bisschen gechillt mit seiner Freundin, eigentlich nur noch ein bisschen gegammelt, abends haben wir immer ein bisschen gezockt, also, richtig, richtig gechilltes Wochenende, wieder richtig, richtig, ich bin behindert, Alter, Leute, nehmt's mir nicht zu ernst, ich bin auch saumüde, gehe gleich erstmal richtig, richtig, jetzt habe ich's extra gemacht, äh, schlafen und, ähm, ja, genau, das war jetzt so die ganze Woche und ich hatte halt Mittwoch, glaube ich, das letzte Video hochgeladen und, ähm, ja, tut mir auch leid, dass ich da halt nichts vorbereitet habe oder so, aber das konnte ich halt nicht absehen, dass es wirklich so extrem stressig wird, ich habe am Anfang immer gedacht, okay, ja, die sagen jetzt, dass es so extrem stressig ist, aber das wird bestimmt machbar sein, aber es war echt verdammt, verdammt viel zu tun und ich habe diese Zeit jetzt einfach mal gebraucht und, ja, wie gesagt, man muss sich ja eigentlich nicht rechtfertigen, aber für mich ist es auch nicht unbedingt eine Rechtfertigung, ich möchte euch einfach daran teilhaben, so, wie das bei mir läuft, warum ich jetzt nichts hochgeladen habe, finde ich einfach, dass ich euch das sagen kann, so, und ich hatte jetzt echt ein entspanntes Wochenende, ich wollte ja eigentlich diese Woche die BO2 Live-Woche machen, vielleicht fange ich die auch noch ab morgen an, also ab Dienstag, dass ich dann einfach, äh, sage, okay, jetzt mache ich halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und lasse halt den Montag sozusagen jetzt hier mit diesem Video ausklingen, so, und dann ist das halt so, oder ich mache dann halt die sieben Tage halt in der nächsten Woche, aber ich glaube, ich mache es einfach ab Dienstag, dass ich das dann durchziehe, hatte ich ja auf Twitter angekündigt für die Leute, die es nicht wissen und mir nicht auf Twitter folgen, ähm, ich habe angekündigt, dass ich halt die Woche ein, ähm, eine BO2 Live-Woche mache, also wirklich nochmal so ein bisschen Abwechslung, bald kommt ja auch die IW-Beta, da werde ich so, so viel versuchen, äh, wie es geht, Live-Videos aufzunehmen für euch, die ich dann nach und nach hochladen kann, da werde ich halt das auch so versuchen, wie ich es jetzt momentan gemacht habe, dass ich immer so zwei Runden spiele und die zusammen cutte, dass es halt echt richtig, richtig coole Sachen für euch geben wird, ich werde allgemein so ein bisschen, äh, also nicht wirklich was ändern, aber ich werde versuchen, dass ich jetzt meine Videos immer so auf ungefähr 10 Minuten Länge machen werde, also, äh, auf jeden Fall so im zweistelligen Bereich, zweistelligen Minuten Bereich so, weil ich das einfach cooler finde und ich habe das früher auch gemacht und, äh, möchte da einfach quasi so mehr Runden in einem Video zeigen und halt, so wie ich das bis jetzt gemacht habe halt, oder, beziehungsweise, wie ich es jetzt schon öfter mal gemacht habe, dass ich halt zwei, drei Runden zusammengeschnitten habe, so möchte ich das auf jeden Fall weitermachen, wird, denke ich, auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache, ja, wieder ganz, ganz, ich bin, ey, Leute, ne, ich bin echt komplett durch, was ist los mit mir? Ähm, ich habe übrigens gerade schon ein T-Shirt von meinem neuen Merch an, ja, der ist noch nicht im Shop erhältlich, also, ihr braucht noch gar nicht nachzuschauen, ähm, aber ich kann euch sagen, der sieht auf jeden Fall sexy aus, meine Freunde und, ähm, wird auf jeden Fall in nächster Zeit kommen, das wird halt noch ein bisschen dauern, aber ich werde euch auf jeden Fall darüber informieren, Leute, keine Angst, das wird, äh, denke ich, ganz cool, wird euch auch freuen und, ähm, ja, alles cool, also nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie verschollen bin oder dies und das und jenes, ne, man macht sich ja dann manchmal so ein bisschen Sorgen, wenn jemand jeden Tag hochlädt und dann auf einmal irgendwie fünf Tage nichts, aber alles cool und, ja, ich freue mich auf die kommende Zeit, ich freue mich auf IW, ich freue mich auf alles Mögliche, ja, ich bin einfach motiviert in allem Möglichen, was ich momentan tue, also, es ist wirklich so, dass ich halt echt, äh, momentan so ein Mindset, sag ich mal, habe, dass ich, ähm, echt gut vertreten lässt oder was, woran ich einfach echt Spaß habe und, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß bei diesem Video, das, äh, Gameplay ist ja jetzt zu Ende, schaut auf jeden Fall, äh, schaut auf jeden Fall, ja, okay, schaut auf jeden Fall auf meinem Twitter-Profil vorbei, weil da mache ich echt, echt viele, ähm, ich, ich, ich hau mir gleich in die Fresse, für dieses echt, echt, äh, 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 da mache ich echt viele, ähm, ja, keine Ahnung, Posts, die ihr euch angucken könnt und informiere euch immer über alles da, seid ihr immer zuerst informiert und, Leute, mein Instagram-Namen ist auch in der Beschreibung, wäre mal richtig, richtig nice, wenn ihr mir da folgt, ich habe da jetzt mittlerweile fast 22.000 Follower und es sind immer noch einige von euch dabei, die mir natürlich nicht folgen, deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch jetzt auch auf die BO2-Woche freut und auf alles Mögliche, was jetzt kommt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao!